ich habe den schon gemacht heute schon gestreamt gestern hat es geborgt bis und zwar nachts aber heute die da so zu schreibt der chat ja dann schreif was ein hund sohn digger gestern auch so ganz über corona geredet da habe ich bock drauf digger immer corona was du bist so ein perfekter sohn alter kleid mod ich bin ich habe mehr kreis ich habe 15 sekunden delay oder so du bist spielsüchtig geworden hat du kannst echt tickets mein schickbild ich glaube das nicht nein ich glaube das nicht ich habe ich schaffe immer mein maximum 400 die hat ich kann jetzt mit 1000 einen das ist das ist das kann gar nicht ja das haben die neuen zugefügt oder soja 6000 ja trotzdem first try the days behinder digger ich habe einen trick auf dieses youtube-video sind nur die du sie mal die zweite reihe einfach alles in das ist immer witzig dir auf damit ich bin der innerlich kommt ein ja das nicht der kommt ich kann es nicht mehr spielen er ist ein bisschen drinnen ok wir nehmen ich nehme endermann wie schwer wenn einer nein er spielt lobby nein er weiß dass wir er weiß ganz genau dass wir da sind nicht nein schau jetzt schau jetzt ich will wieder tränen schau mal schau jetzt schau jetzt er wird jetzt wieder gehen wetten wir schau jetzt ja ok wer will ja ok wer wird nicht wer wird nicht er geht jetzt er geht eine sekunde bevor es beginnt wetten wir der 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 er geht bitte ich bin auch in die mitte ok was so ich habe alles gesteilt ok sicherlich bist du auch in der mitte ich sterbe nicht die sterben die hoch oder so nicht sterben ja bitte töten einfach lichtiger okay ich bin da oben ich werde ganz oben ich habe ich habe noch ein ja safe das ist gar nicht ja verpiss mich von hier ich mache mir kurz und ja ich sterbe scheiße scheiße Du bist so scheiße, Licht! Junge, ich bin auch... Lich am Scheiße bist du! Junge, du bist so... Das ist so cringe! Jetzt fühlt es sich so geil! Ich... Ich join ihn weiter nach, Alter! Ist mir scheißegal! Wenn wir ihn sehen, wir nehmen beide Endermen-Kill und join einfach auf die Insel, okay? Alter! 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 Entfällt uns aus der Friendlist! Egal! Schau ihn an, wie er mit Cockpit spielt! Der Hurensohn! Ich sehe, wie ich sie... Ja, ja, ja! Was? Er wurde so gefickt, aber hä? Ja, da ist... Ja... Ja, mach was hier zu! Die nahe! Die nahe! Die nahe! Die Tür zu! Nein, ist die nicht! Ja, mach was hier die Tür zu einfach! Es hier... Ich sehne... Kommst du in die Lobby und dann zu Skywars? Er lag, glaube ich, schau mal! Nee, er ist jetzt hier! Kommst du? Ich bin schon da! Ah, nee! Er schaut jetzt zu! Er schaut zu! Er schaut zu! Schau mal! Er schaut... Er schaut... Er spätatet! Ich spiele Skywars, hä! Ich bin bei ihm! Ich bin bei ihm! Ich bin hinter ihm! Und er geht da rein! Ich bin drinnen! Ich bin drinnen! Du auch, hä? Wieso? Aber wie Party sind... So nice! Er ist eislich! Er kauft sich so gut! bieten bitte nehmen jetzt auch endermann habe ich schon die ganze zeit okay wenn wir ihn sehen da bist du Ne wie looten ne okay wie looten Was Alter stay illuminati Stay illuminati Aber uff hat schon geile lieder ausgebracht jetzt diga Ja die letzten drei lieder noch die auch so gute songs in meinem leben gehört diga Ich weiß gar nicht wie die heißen rich rich Ja genau Ja merke ich nicht Ja wow Okay leg ich habe immer noch eine enderpelle Wir müssen irgendwie äh Unauffällig team Hast du immer noch die enderpelle Komm mal mit Wascher 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 licht war noch greifen noch nicht an okay Ich geh in die halbmeter Ja eben die halbmeter meine ich ja Ja okay Ich hab die fast runtergegangen oder Scheiße Ja ich kann gar nicht Egal Ich hab's doch Ja Ja Ich hab's doch Ich hab's doch Hau ab Licht Hau ab Hau ab Hau ab Look Hau ab Hau ab Hau ab Sneak und hau ab Und hau ab Du bist so schlecht alter Das ist so fake noch nie habe ich so was gesehen Dinger, wie kann mir noch so verkacken, Mann?! Alter, also, Cho planet... Du bist sogar so schnauelt! Dinger, was machst du? Du! Die Respekt! Du musst aber nicht! Anzug! Komm, Wabbs! Ah! Liegt, du besterb, oh! Hunderttaufend, als du bestierbst! Ah! Ah! Eißerster knapp, ja natürlich, erst mal zurück, wenn du im Moment bist! Ja, egal. Ich hatte keinen Bock mehr auf jeden Fall. Echt? Wir sind einmal und tötenlich! Nein! Ich habe keinen Bock mehr! ja niemand schaut den stream an wenn er einmal spannend ist alter wixen missgeburten was wir sind da ein spiel ich weiß was wir gehen ja wir sind rot ok ich werde allein sein ohne die aus ok ja hey so es kostet kein neues micro diga früher waren wie die rote ente usb du sprichst und dich schützt du machst einfach so richtig verkrackt und du bist einfach so als wirst du dich nicht jung Das ist ein Scheißteil mit dem Schiefe noch Dinger Wieso, ja du bist tot Hä, was für eine Was für eine Was für eine Nein Junge, du bist so ein Hurensohn Du bist so Junge, du machst immer das dümmste Was man machen kann, nicht das dümmste Das Junge Ducky, ist das dein Ernst Ja Nur wenn das günstig ist, Alter Du hast eine so gute und du Kaufst Ducky, du bist so lost, Alter Noch nie so Ja Ja Das ist günstig Sicher ist das Oh ja Wo ich die PC gekauft habe So gratis, dass du dazu verkaufst Du kannst nicht mal zwei Tassen Auf einmal drücken und es ist eine Gaming Das hast du Ja Digga, du kleine Hurensohn, was war das? Digga, KP Ja Oh mein Gott Sontag ist doch da Nein Nein Sontag ist doch da Shit Digga, du hast es ganz gemacht Du hast nicht mal gemacht, Licht Ich bin von selber runtergefahren Ja, ist halt nicht Digga, wir machen uns juckt es gar nicht, dass die uns unseren Chor angreifen Hä Der leg Oder ich leg Oder kaum der leg Hey, ihr habt es nicht mal geschafft, darüber zu kommen Kommt Ich geh zurück Ja, Alter, was machst du? Ja, Alter, was machst du? Wie aus? Äh Ich will allein sein Okay Okay, okay Es geht zu dir, ich glaube Hä Na Digga, ich immer sterbe ich Ja, sowas Sheesh Kennst du Money Boy Trap House Kitchen Licht? Ich muss grad... Du bist doch scheiße, Alter Ah, ich kenn Money Boy kenn ich gar nicht Also, ich weiß nicht mal wie der aussieht Ich kenn ihn Heck echt nicht Hä Irgendwas zu dem gesehen oder so Gehört auch Digga Digga Ich hab auch nur Also, ich weiß nicht wie die Lieder heißen Nur so Aus Dings gehört so Per Zufall Aber ich kenne Trap House Kitchen so von YouTube Digga Digga Digga, ist so nice Das müssen wir auch Watch to get anschauen Ah, der Huanzun kann so gut kochen eigentlich Digga Da, da, hingegen ist Emra nix, ne? Emra kann nicht kochen? DOCH! Emra ist einfach ein Leih? Ich weiß doch, mein... Die sahen so sicker aus Wow Das ist ein bisschen blöd Das ist ein bisschen blöd Das ist ein bisschen blöd Einfach immer ein Lebensmittelfall rein und fertig Digga Hehehe Der hat das eh von arme YouTubern Alter, wenn du das sehen würdest Was, was, was? Ich hab dir einen Salat gemacht heute Ja, sicher richtig scheiße Wenn du das sehen würdest Wenn du das sehen würdest Was machst du nicht? Du bist so lost Was, was? Bist du von da oben hier runtergesprungen? Wieso? Wieso? Wieso machst du das? Was? Ach, ich will selbst mal Gedanken oder so Junge, erst mal hier ein bisschen kurz Chill mal, Alter, ich... Beschütze dich ja Irgendwer supporten Ich weiß nicht mehr sneaken Achso, das ist ja okay Ja, das ist gut Geht doch nicht Hä, ist auch le... Hä, ist auch krass Du bist so sterben, Digga Du bist so sterben, Digga Ja, nein! Wie schlau muss ein Mensch sein, Alter? Achso, nicht Was machst du? Was machst du? Ahaha Du bist so lost Ja, er spaziert einfach durch Ah, scheiss GLP, Alter Was machst du? Digga, hilf mal! Was machst du überhaupt? Wie geht der ins Band? Aber wird auch sau oft getroffen, Digga Was, was, was? Hab ihn Ja, geil Ja, danke! Dass du mir hilfst Digga, die sind zu viert auf einer Plateau Greif mal an, nicht Ich hab GP gefickt Man, die Huren Söhne, helft mir mal! Bo, 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 bo! Digga, der Luciano, Alter, der King Bo, 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 bo! Ja, er ist doch nicht Ja, er ist doch nicht Ich hab mich trickst! Es ist nicht nicht! Oh mein Gott, ich hab mich so gefickt, ne? Scheisse Hey! Ah! Ja, ich hab mich echt gefickt, Digga Aber jetzt schreibst du dir trotzdem nichts mehr rein Ja, Stream-Unterhaltung Ja, Stream-Unterhaltung Das kann ein gelbier Huren suchen, Alter Die Gasse Wo bist du? Komm doch mal! Oh ja Hahaha 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 Ja, ich bin... Bo, 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 bo! Liegt... Ja, Stratex ist doch nicht mal mehr da Mach mal was, Digga Ich... Tschuldigung Ja, save! Du musst nicht ko- Du musst nicht ko- AAAAAAAAHHHHH Du bist so ein Schei- Oh, ich bin auch runtergefahren Digga Ich muss halt Stream-Bilderung gucken Was für eine Stream-Wiederholung Nicht! Warte mal gucken, wie ich runtergefahren bin Hahaha Digga, es hat so viel Verzögerung Nice Hast du Knöpfe von mir bekommen? Ah! Hahaha Der ist so auf Crack Hast du, hast du... Ah! 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 Kannst du mir nicht mehr laufen oder so, Digga? Ach, komm, du findest bei mir alles so komisch an Ja, bei mir auch Aber nur gestern Jetzt nicht mehr Die Klaue Pflicht Gescheint D- Ah! Digga, lauer Pflicht NAAAAAAAIN! Ja! Die Klaue Pflicht Ja, danke! Ja, wie ein Eisenschmetter. Der hat jetzt ein PNHG genommen. Ah! Oh, oh, oh. Ich hab das erste Mal Porridge gegessen. Na, das ist doch scheiße, Alter. Ja, ich hab einfach nur so 3 Minuten in kochendes Wasser oder so. Ohne Salz oder so. Ja. Mach ich Porridge essen bekommen. Ja, das ist scheiße, ja. Ich esse das mal im Frühjahr nach Mai. Vielleicht bin ich ja so für 10 Jahre satt. Ja, es ist übrigens so unnormal gesund, ne. Aber es schmeckt halt nicht scheiße, ne. Doch, es schmeckt... Ich find schon, Digga. Ich hab nur einmal gegessen. Ich find's aber trotzdem. Find's aber süß. Süß! Es ist ja nur Getreide mit Wasser. Oder Getreide mit Milch. Ich fand's halt nicht... Ich fand's halt schon... Nee, Digga. Ich kann auch kein normales Müsli essen. Weil es mir zu fad ist. Stell dir vor, dass einfach noch so ein... noch so ein bisschen Erdbeer rein... Ja, aber... Weißt du, wenn du so Sachen rein tust... Und noch ein Schuss Honig. Ja, ein Schuss, Digga. Das sind wir irgendwie... Beim großen Promi packen, oder was? Ah, Digga. Ja. Ja, aber... Piss dich... Oh mein Gott, ich hab's immer mit! Und wer... Ecke... Kicks. Ei! Nein, ich hab keinen Bauch. Guck mir auf diese Schild. Jaoi! Das SchwesterHG macht Spaß. Aber wenn's uns zuspielt, dann macht's keinen Spaß. Wissen... Das sind aber auch alles so Dena-Teams... Nee, es gibt... Es gab... Vor ein paar Monaten eine Phase, so eine Woche, wo wir... Wo es voll Spaß gemacht hat. Weil irgendwie darf's... Weil irgendwie wir immer... Gute Kid-Kombis hatten, plus niemand hat geteamt. Da gab's so eine kleine Phase, wo es echt geil war. Ja, ich kann jetzt auch nicht mal... Ich schon, ich hab... Ich hab gestern nach vier Monaten zum ersten Mal gemacht. Ich hab alles geschafft, in Lava-Challenge. Ich bin so eine Maschine, Digga. Ich werd ihn weg. Oh, weiter feiten nicht mehr. Nein, wir so nicht! Das ist einer, gegen den... Der hat mehr Pech als wir. Das ist der einzige Mensch, der noch... Bisschen beschissen ist. Oh, du kicke, dann... Letzt, ich... Wehe ist es. Ja, mach doch. Ja, es ist mir egal, wenn das machst, Digga, weil... Jetzt juckt's nicht, Digga. Ah, du spießt gegen mich, Alter. Ja, mach doch. Habe eben entschieden, Ende Jahr spätestens, sag ich mein, äh... Fetisch. Das dauert auch lange, Digga. Und ich mach noch Facecam, ne? Was? Was machst du? Ich mach ja mal Facecam. Mit 16. Ja, stimmt. Ja, aber... Vielleicht mach ich es ja erst einen Tappel voll. 17 wird. Oh. Das wär scheiße, aber... Ich hab vor so Herbst. Wie ich mich kenne, glaub ich nicht, dass ich es vor Herbst machen würde. Aber da hab ich schon Beruf und so Leben im Griff, dann juckt mich nicht mehr, Digga. Dann ist egal. Ja, Levcore. Hä, Le... Äh, was machst du? Bist du noch drin, hä? Ja, bist du. Nein. Ich hab dich schon tausend Jahre nicht mehr gesehen, was machst du? Digga, macht mal was! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Haha, hinter dir! Haha, du zur Scheiße! Weiß ich dir leben, aber. Ah, es geht nicht. Ich mach doch nicht mit. Ah, wie wir finden die Leute im Autoklicker muss man da nicht eine Taste drücken. Ich mach's nur, das ist ne Races. Racer Synapse. Mach das so, diese Seiten tasten an der Maus. Ach so. Wenn ich jetzt klappe. Das gedrückt, halt, hab ich so zehn, äh, CPS oder so. Hetz ich. Der Butterfly einfach. Ah, es geht mir jetzt gleich nur, dass ich einfach gerade so klicken so kann. Oh, oh, oh. Ja, hör auf da wirklich. Ich hab einen Blocker-Majig geschafft wegen Autoklicker. Das EINEN! Eins von Double ist safe. Nein, ich seh's ja. Ja, okay. AHHHHH! Digga, die sind jetzt zu zehnt oder so. Digga, die sind zu viert und wir sind zu fünft. Da haben wir die ganze Familie. Digga, das aber. Ich hätte niemals gedacht, dass ich schulfrei bekomme, ne? So Corona und so hab gedacht, das ist Pussy und so. Aber, Digga, das ist, glaub ich, todesschlimm. Lol. Digga, hör auf, siehst du zu ficken, lege ich hier, ne? Das Ding ist, Digga, wir haben halt so viele Aufgaben, ne? Ja, wir haben halt so viele Aufgaben, ne? Ja, wir haben ja auch gestern, habe ich hier wie elf Stunden gearbeitet, so. Einfach mal was gesagt. Digga! Ah! Ah, aber ich lass mir jetzt meistens schicken oder so von Engel. Oh, ja, klär mal ein bisschen so aus, glaub man so. Ahaha, ja, 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 ja. Und dann wär's mir auf, okay, weil ich nice bin und dann ja auch rein. Ah, so was. Und ich hab erfahren, dass ich ne drei in Deutsch hab. Oh. Wird mir so per E-Mail geschissen. Äh, hä, hä, hä! Wir müssen auch joggen gehen, da hat Hausaufgabe Licht. Yo. Digga. Wir müssen fünf Kilometer in 30 Minuten jede Woche. Ja, und wie wir das wissen als jetzt? Ja, äh, App. Äh, so Adidas Running App. Digga. Ja. Ja. Das ist oder Run-Test. Ich hab sogar Joggingschuh gekauft, ne? Digga, nicht hör auf, weil ich keinen Schuh, ich jogge nicht mit Air Force One. Ich bin hier, ich bin jetzt einmal mit Air Force One gejoggt. Digga, holy shit. Das mach ich nie mehr. Das ist auch so schlimm. Das tut weh und es ist unbequem. Ich hab hier für 40 Franken jetzt von Adidas Jogging schon gekauft, Digga. Für 40 Franken, egal. Und du bist schon diese Woche gejoggt. Äh, ich bin sieben Kilometer. Ja. Ich würd das safe nicht machen. Du musst, Digga. Du bist schon vor der Schule gekickt. Lass mich nochmal. Ich hab keine Sicht. Ich hab keine Sicht. Ich hab keine Sicht. Ah, du musst einfach probieren. Du musst einfach mal 5 Kilometer erreichen. Mindestens, das ist einfach so. Und falls du schneller bist, dann musst du einfach noch mindestens 30 Minuten. Aber wenn du dafür jetzt, aber es muss schon logisch sein. Wenn du zum Beispiel jetzt 2 Stunden für 5 Kilometer brauchst, dann zählt das ja nicht. Aber wenn du jetzt 50 Minuten brauchst, weil du fett bist, juckt nicht. Und sie nimmt auch voll Acht auf die Leute, die fett sind, ne. Die müssen nur so 3 Kilometer und so. Und einer davon ist so mit Fahrrad gegangen und so. Oh, das ist schlau. Ja, aber das merkt man. Das hat sie direkt gemerkt. Ja, weil die Schritte, äh, weil, weißt du, eben, eben. Aber er fährt so 40 km h, du eigentlich so. Ohne Pause. Aber es wird auch die Schritte gezählt. Und bei Fahrrad zählt das irgendwie viel weniger und so. Ich hab auch Schritte. Warte, ich kann grad gucken bei Apple Watch. Ja, ich hab auch Apple Watch. 8.000. Das ist eigentlich wenig, oder? 8.040. Äh, der Tanzabot macht 100.000, Digga. Aber der, aber der übertreibt doch. Der läuft die ganze Zeit auch rum und so. Er macht keine 100.000. Er macht 10.000. Ne, er macht 100.000. Ich auch? 100.000 hat er. Er will jeden Tag 10.000 machen. Er will jeden Tag 100.000 schaffen. Jeden Tag will er 100.000 schaffen. 100.000 sind 100 Kilometer. Neiss. 100 Kilometer, alter. Ist Madeira groß? Ne, oder? Ist es, ist es viel kleiner als Madeira? Madeira ist doch ein Land, oder? Nein, das ist, das ist ein Portugal-Video. Leeras? Nein, das Land für mich. NEIN! Bist du behindert? Die haben die ganze Zeit so Eisenschmerzen und so, Digga. Ich lief gleich immer. Wer hettet's? Ja. Ja, wie kann, Digga. Ich hab ihn so erst mal Förster gegeben und dann auch am Ende so gefickert. Er hat mich trotzdem getötet. Boycraft, aber. Ah, ist es dieser GLP? Semmel Club. Ja, wenn ich noch einmal sterbe, ich lief. Naja, ja, safe. Community. Das ist aber lustig, Community, Digga. Ja, bin ich groß. Komm, mich, Juni. Digga, was für die Community ist zu groß. Ja, aber miau! Ich bin Trainer, ich bin Trainer. Ich seh dich! Schau mal nicht. Äh, boom. Gehe, die fallen Order. Kennst du? Ja. Die leute. Die leute. Die leute. Die leute. Die leute. Die leute. Ich glaub, Jambeef. Nein. Schau mal nicht, Leute. Hä, er hat dich was gefragt! Was? Siehst aus. Was sagt er? Was sagt er? Was sagt er? Was sagt er nicht? Was redet er? Nicht was? Was redet er? Nicht was? Irgendwas für ein Legenkreuz. Ah, junger als Maul. Was sind Legenkreuz? Kleine Spende. Ich weiß nicht was das ist. Ich weiß nicht was das ist. Ja, das sind so pedos. Ist mein Ping so kacke? Ich hab's in der Ping. Ja, der Server. Leiii, wo bist du? Hier. Ein großer Teppich auf dich. Ja, für ihn. WTF, Alter. WTF, okay. Ähh. Boom, 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 boom. Jetzt der, 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 der. Du musst das auch haben, Digga. Den gibt's gerade im Shop. Echt jetzt, kauf doch, Digga. Ja, kein Geld. Ach, Digga. Ja, Alter, alter! Licht, ich meine so text wenn du ein schwanz hast schreibst du jetzt was in den chat Schauen wir ob die forze noch auf die forze noch da ist okay ja wahrscheinlich siehst du die auf den ersten blick was was nur weiber oh mein gott wie die geier hat sie gesagt ich weiß es nicht was hat die gefragt mit leben und ob jemand das so was hat Romo Romo Romoom Lich wo bist du da ich weiß es nicht du musst mir sagen weil ich kann sich hören warum ich hätte ich was gefragt es hat verpiss dich was hat was sagt sie was ist das was sagt sie nicht sie zu mal habe ich nein nein wieso ja und ich soll ihnen einfach so schenken oder einfach irgendwelche fotzen die geiern ist so youtube spiel und was das wirst du von mir ich höre sie so leise ich weiß dass sie es hat die gesagt hat aber jetzt weiß ich nicht mehr so hallo kann ich noch verstehen so ja so ins prof ein kenne das nicht so gut geht ja ja das ist man ja so weil es amerikanischer trend und so die uhr ist da ja es ist ja was machst du was ist los Ach! Ein schöner Kebob-Spieß! Ja! Köftespieß! Junge Geier, mein ich so bitte du kleine Fonze! Digger, hab ich ne Frage, ich würd auch machen, for real jetzt! Ah, ist mein Wasser oder was? Ein schöner Kebob-Spieß? Wo ist der Team? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Digger! Ein schöner Kebob-Spieß! Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Rainbow Six ist scheiße! Rainbow Six ist scheiße! Wie ich mich schon gespielt habe, immer! Ja! Leak ist besser, Leak ist besser! Digger, Leak ist ein Bullshit-Licht! Das ist ein Junge, der Mädchen! Hä, wieso? Achso! Achso, vom... Das hier vom... Das ist diese Mia! Ah, weil vom Skinner, es ist ja ne Frau! Ja, kaum hätte ich... Ne, es ist ne Frau, es ist ne Frau! Ich brauche ein neues Labiemod-Cape, damit ich besser flexen kann! Pfff! Aber du spielst doch gar nicht mit Labiemod! Ah, jetzt schon, na doch! Ja, aber ich spiele nur mit Labiemod! Was willst du dann für einen Cape haben? Ich will ja draus stehen, wo deine Mutter drauf steht! Jaa! Das gibt... Das gibt's safe! Ja, ich weiß nicht, wo... Eben, von wo wir das haben! Weil, Youtube-Video, glaube ich, das... Klickt nicht! Da findest du sowas nicht, so wie es mit deiner Mutter! Jaa, kannst du das selber machen? Ich kann das nicht machen! Du kannst probieren, aber ich kann das nicht! Ich hab schon mal probiert, aber es ist so kompliziert, Digga! Welch eine Frau liegt, ich glaube ich würde mich von jedem Mann einfach bumsen lassen und mein Leben genießen Du auch? Ja, nein Hä, wieso nicht? Hm Hä? Hä, wie kann ich jetzt mit der Kosmetik senden? Das ist so dumm gemacht alles Ist so Er redet über Satanisten Nein, wer? War irgendwie so ein Typ, ich weiß nicht mehr Hä, wo war es wie Minecraft? Ja Nein, nein Ja, alles Digga, was? Eine Vorlage wählen Machst du jetzt ein Game? Weiß nicht wie ich das mache Kannst du das Act eingeben? Ah, Digga, das ist die Videos von 2014 oder so Nein, das ist neu 2019 Echt? Klaas Pflach? Schaffst du es? Nein, irgendwer hat das gesagt. Mach das ja selber, okay. Ey, wie? Junge, er ist so behindert. Wieso? Ja, er sagt so, er geht darauf, er wohne. Ist es eine Website? Aha, ich muss auf Download gehen, er sagt das gleich. Ich glaube nicht, dass du es hinbekommst. Das ist Fake Paint, das ist das, was von Windows direkt drauf ist. Ah, das ist normale Paint. Egal. Fake Paint. Und was da so Fake ist? Ich habe kein Paint mehr, dein Ernst? Ah, nee. Hätte ich überhaupt schon mal Paint? Also Paint.net schon. Jetzt noch nie auf meinen neuen PC. Glaube ich. Soll ich Lift vor 4 machen? Ich habe jetzt Zeit, Corona-Ferien. Ja, wenn du Lust. Ja, ich höre schon, aber du wirst nie online kommen, das ist das Ding. Ich bin auch gerade online. Ja, jetzt. Später sind wir, ich muss gerade spielen. Ich glaube nicht. Digga, unsere Tankstelle schließt um 22 Uhr. Ja, 20 Uhr. Was? 20 Uhr. Ich habe gedacht, jede Tankstelle macht 24. Nein, nicht jede. Hä? Es gibt doch welche erst nicht. Aber mindestens 24 Uhr, Digga. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ja, eben. Das ist so kompliziert. Du wirst nie mal schauen. Ja, hilf mir mal. Hilf mir mal. Okay, ich probiere. Ich schaue jetzt auch so ein Video an und sage. Warte, warte, warte. Ich mache kurz streamen an. Okay, dann guck einfach kurz. Okay. Hä? Aber wie jetzt? Ja, weil es guckt eh keiner mehr streamen. Also juckt das nicht. Aber das Ding ist, was bringt dir das? Was soll ich dir dann Befehle geben oder was? Ja, du sollst mir einfach kurz helfen. Ja, bei was? Ich weiß ja selber nicht, wie man das macht. Guck ganz kurz streamen. Jawohl, Twitch. Ja. Äh, Yu-Chan oder so. Ja. Ja, genau das. Hä? Du bist gerade nicht online. Ach, bin ich. Warte. Nee. Zuletzt geschrieben ist vor vier Tagen. Ja, ja, doch jetzt. Okay. Das hatte ich auch. So weit war ich auch schon mal. Ja. Denkst du dich einfach mal so? Ja, mach mal. What the fuck, Alter. Wieso ist das hier so krasse? Muss das Paint sein? Ich würde nicht alles schwarz machen. Machst du die Seiten vielleicht so weiß und alles andere schwarz? Ja, ich würde alles schwarz machen. Glocken. Wie geht das? Weißt du das? Insel. Nein. Digga, ich, das, ich, 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 ich kann mich mit Paint. Nett aus, aber nicht mit Paint. Nein. Dies ist nicht. Ups. Kurz die Seiten aus. Digga. Guck. Das ist etwa fünf Sekunden für, ja, wow, Licht. Oh mein Gott, so scheiße, man. Ich hab nicht so lange Verzögerungen wie du, ne? Was? Ich hab nicht so lange Verzögerungen wie du, oder? Nein. Aber länger, als wenn ich mit Action hätte. Guck, und jetzt? Ich bin alles schwarz. Wieso kann ich das nicht größer machen? Digga. Ey, das ist so lost, wie du das machst, man. Ah, jaja. Ja, ja, super Licht weiter so. Digga, du bist so dumm. Ja. Warte, warte. Digga, du warst 100 Jahre so. Hä, das kannst du... Wieso kann ich nicht, wenn ich diesen scheiß Pinsel auswähle, ne? Du gehst ja nicht größer. Geh mal auf... Schei. Oha. Ja, wow. Wo soll ich drauf gehen? Ja, auf den Pinsel... So Pinsel hat so ein Dreieck, das nach unten zeigt. Ja, ne, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Digga, das ist so scheiß. Das... Mach doch mit pay.net. Ich hab das. Hahaha. Hey, es geht aber eigentlich... So, es geht schneller als gedacht. Ja, ja, safe. Digga, es ist so langsam. Hahaha. Die kann nur so dumm sein. So. Mal fertig. Aber wieso? Ich verstehe es nicht. Wieso ist das Pinsel nicht größer? Das kann man eigentlich schon machen, aber ich weiß nicht wie. Ich dachte bei Strichstärke... Ja, wirklich, jemand redet über 666 und so. Ich sag's im Stream. Nein, ähm, Dings im... GOMM. Okay. Community. Ich hab mal geliest, die hab mich alle genervt. Ja, ja. Du hast vergessen, Left-Side schwarz zu machen. Was machst du? Alles schwarz. Du warst vorher draußen. Digga... Hahaha. 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 Weißt du, dass ich es nur etwas kleines machen soll und probieren, ob es überhaupt dann klappt. Und dann erst richtig anfangen. Das klappt schon. Ja. Das wird nicht klappen. Läh. Ich nehme einfach nochmal den Eimer, Jungs. Hahaha. Hey, bei mir ist immer noch nicht der Eimer. Jetzt. Die Größe, ne? Na toll. Ne. Aber wieso kann ich denn nicht das hier Größe ändern? Aber wieso kann ich denn nicht das hier Größe ändern? Ja. Aber ich triggere das Box. Warte. Ich habe selbst einen anderen. Oh, der geht schneller auf. Okay. Oh, der ist laut. Nein. Jetzt. Okay. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Jetzt. Ein auf den Schrift. Aber was war noch mal vorne und was war noch mal hinten? Hä? Weißt du was noch? Ja. Ja. Wieso? Normen spielt auf Comic Speed. Du erzähl. Ja, schreibt doch jetzt. Oh, ja. Das ist sehr nervig. Das ist sehr nervig. Ja. Andere Farbe. Weiß. Nimm doch weiß. Aber ich muss als erster Farbe das nehmen oder? Farbe 1. Ja, ja. Nehm als Farbe 1. Äh, als klar. Ja, jetzt. Ah, die Topper's game. ich sag ich mag es ich glaube immer menschen aber ich glaube nicht dass es schafft weil irgendetwas wird ja wie sie versucht es größer zu machen aber sie klappt die speicher ich das jetzt äh datei speichern jetzt in levy motion nein das willst du nie verschlafen Der Aschibot, oder so. Customer Decade, das ist ein Hochladen. Und jetzt auf Download. Und dann Download das Hochladen. Access. Ich weiß nicht, ob das klappt nicht. Kurz auf. Ja. Nee, oder? Geht's? Jo, da mach ich mir auch eins. Was? Ey, bitterlich. Komm jetzt, Community. Bist du, bist du? Da, wo Puff ist. Komm, ich schau nicht streamen. Ich weiß nicht, ob das hast du. Ich bin nur so da. Was ist denn aus? Reulig. Der März ist wieder jemand im Geschick. Dicker Snorx ist einfach da. Wer ist das überhaupt? Ja, komm. Geh doch gerade auf. Bist du noch nicht? Da hab ich dir richtig richtig richtig. Ja, wo brauchst du? Ich komm dir einfach mal gegen. Ja, die Krone weggemacht. Das war ein bisschen schwer. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Bleib da. Hä? Das ist bei mir immer noch dieses scheiß Smiley. Bei mir nicht. Du musst glaub ich... Ich war halt nicht restart vor Minecraft. Ich restart jetzt auch Minecraft. Wahrscheinlich lass von mir. Du hast nen Paintl wieder wegmachen. Aber dann in groß schreiben. Hä? Weißt du, wie ich das wegmachen kann? Nee. Du... Über... Über... Mal es einfach schwarz. Hä? Ah, es ist wieder weiß. Egal, es gibt's. Hä? Ja, komm, hat nicht online. Da hat es doch gerade... Äh... Kommi, Juni... Oh, Arlich. Ah, gut, das ist gar nicht weg, oder? Oh, Arlich. Ah, gut, das ist gar nicht weg, oder? Nein. Wie geht's da? Wo? Äh... Ich bin Marshall. Komm, komme. Egal, Slack komplett. Ja. Ich frage was ist. Wo bist du? Bist du Prof? Ja. Also, da war... Davor halt, genau. Ich weiß noch nicht, ne? Wo ich gerne mal Level Capes gesehen hab. Das hast du nun 16 und so. Ich... Ich wusste nicht, dass es von Monte war. Uuuuuhhhh... Oh, mein Gott! Hey! Du bist so ein Gott, alter! Das ist wie so gebannt, ne? Nein. Ich meine, das ist ja keine Beladigung. Deine Mutter? Äh, Dig... Ich muss darauf hinweisen, dass es deine Mutter hat. Digga, du bist so behindert. Du bist so geistig behindert, alter. Nee, ja. Endlich sieht man deine geile Frisur, alter. Ah, hab ich halt gemacht. Ja, safe. Ah, ich hab ein Cape jetzt doch wieder ein bisschen anders gemacht. Kurz die Minekraft neu starten. Du... Früher... Früher so vor drei Jahren, oder so... immer so Minekraft gesagt hast... Hat... Ich nicht! Ich... Ja, auch echt schon. Hä, echt hast du's gesagt? Ja... Ja... Er hat nicht gesagt, er hat keine Kindheit. Ja, aber... Ich hab schon... Paarmal gesagt, aber nicht auf Ernst. Das ist auch Spaß wegen Paluten oder so. Oder Minecraft. Minecraft. Ohne Minecraft. Uff... Ich weiß nicht einmal, bei Paluten eine Video war. Und GLP. Ja, GLP. Bei Mario Party. Oder nicht? Äh... Das war einmal bei Paluten Mario Party und einmal bei GLP Bad Wars. Digga... Du bist so ein... Ich war aber... Ich war dreimal bei Melemi Checker. Ja, aber es ist ja überhaupt kein... Okay. Ja, aber es ist ja überhaupt kein... Aha! Geil! Und bei Kingspoon auch. Willst du das auch haben? Mhm... Hä? Ich weiß... War wirklich genau das gleiche? Oder... Soll ich so dein Vater? Du kannst irgendwas anderes einschreiben. Ich weiß nicht... Äh... Ja, keine Ahnung... Ja, sag jetzt mal... Ja, ja, gib mir genau das, was du hast. Reiche? Ja. Ich hab' den Vater. Mhm, mhm. So hallo... Wenn er's reiche hast. Nee, das... Wie sagen wir immer deiner Mutter? Dein Vater ist nicht lustig. Ich... Ich nehm's nicht, wenn dein Vater draufsteht. Ja, mach aber irgendwas... Mach Hugensohn oder so. Ja! AAAAAAAAH! Digga's eigentlich Hugensohn! Ja, auch so in Schweizerdeutschschrift. Huere und so. Huere Sohn... Aber das merken die auch. Äh... Oder deine Mutter? Zum Beispiel auf Schweizerdeutsch... Deine Mutter liegt ja, oder? Ja, aber sowas schreib ich das... Geschick. Schreib auch zuerst. Okay. Achso Discord? Dann schick ich das über Discord. Nein, schick's mir nicht über Discord. Ja, wie das die Sound schicken? Ich weiß nicht. Das kann man... Das kann man importieren. Per Label oder irgendwie. Du kannst es mir geben oder so. Ja, dann gebe ich dir mein Cape. Ja, wow. Dann gebe ich dir halt... Mein Cape. Und du bearbeitest meins. Ja, stimmt. Du... Du machst ja... Komm doch einfach ganz gut Discord. Ich weiß nicht mal, wie das startet. So... Da ist unten links der Suchleiste... Ich gebe Discord ein, aber es kommt nichts. Okay, mach. Es kommt nichts. D... D... Wie schreibst du das? D... I... S... C... O... R... Hä? Ich hatte das aber früher einmal. Den mache ich über Internet. Ah, wie heißt du mal? Wovon immer früher die Packs waren? Ah... Scheiße! Wie kann ich das nicht mehr wissen? Äh... Irgendwas... Da war voll oft so extra hinten dran. Oh... Rad... 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 Äh... Äh... Zipfeil! 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 Und da hab ich sonst nochmal irgendwas hochgedan... Zipf! Ja was für Amazon! Zipf! 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 Junge bist du krass Ich bin jetzt online auf Discord Okay Ahchoo! 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 Nein. Erst so eine E-Mail-Loch Ich habe eine die aber ich habe eine von der schule und eine dich aber brauchte gar nicht das ist von meinem vater keine lust ich weiß ich mal mehr richtig das passwort und so das ist kommt schmerzerei ich bin doch auf discord ich bin jetzt auf website gegangen habe ich gesagt ja simon hashtag 5215 wir sollten schon lange geändert sein ich habe die bild gesendet hashtag 5215 15 12 1 keine mann ok und wo nicht das jetzt an ah ja 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 egal als bild ich weiß wie das erste mal so discord warten dass was die scheiß qualität und so mein vater auch discord und so und so zu senden auf discord muss ich 9 Franken im Monat zahlen war schnell muss nochmal neu auf discord so ich habe sie geschickt ja wild ok und wie dann soll ich das jetzt ja rechtsklick ja rechtsklick passiert nichts wahrscheinlich bei mehr und jetzt bild speichern download die einfach auf levy mod oder so das steht ja deine kosmetik ja und jetzt muss ich design hochladen oder vorlage wählen dann hochladen success ok 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 ja 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 jetzt werden wir jetzt können wir monatelang nicht mehr zum friseur ja ich schneide dass ich selber ich lasse jetzt lang wachsen die nächsten fünf jahre alter bei mir hast du jetzt auch das ushiya cave auf einmal optif einen cape hast du ja ich bin mit leben oder nein ja ich sehe bei mir aber mein kategor ist aber nicht geil ich will es lieber bei dir ist ja ich sehe bei dir ja ich habe bei dir sind auch mein skater mal so die tante ja ja fiktig aber noch weiter boss oh mein gott ich will auch absetzen digga ja doch hat der schichtiger sie soll sich in der hand habe ich habe eine glasblasche in der hand was machst du ich muss nicht die tür abmachen alter was machst du ja ich schwöre als würde ich so stinken oder so leidigen sich alle kohle einhorn glück zu den 21 abos das muss ich mir anschauen kohle einhorn ich weiß oh mein gott ich glaube es ist ich weiß nee er ist nicht online aber in den letzten tagen war dieser hugo online dich in real life kenne dieser brasilianer dieser white eagle fnr woher er den gotts gehen einfach kurz vor hier ab es gibt so viele sie sich erst als suches gott skins gibt ja mega viele die gott skins haben in der community früher mega vielleicht vielleicht schon ja aber es kann sein der heck aber der hat leben klein und die sticker sind gratis heute ich habe gesehen ich werde es jetzt auch ja aber das sind so korona sticker darum sind die gratis ich will es trotzdem wie heißt das gift cards play-up los und gg Was ist das? Was? Hallo? Was? Von wo bekomme ich diese Dinger? Ja, ich schaue. Junge, es lädt. Ja, wo gibt's die? Ja, geh halt am Anfang von Minecraft. So, in der Startmenü. Und da steht so oben links. Hashtag flatten the curve. Bistika. Bistika, oder? Jetzt bin ich drauf. Und, äh... Kannst du das Stika-Paka halten? Ja, hab ich jetzt. Okay. B aktiviert. Mit B, die sagen, es muss B sein. Ich glaube, bei mir, nee, bei mir ist B, äh, B, leider 9, Digger. Mal schauen. Hoffentlich kann ich das auf eine andere Taste belegen. Ja, bei mir geht's mit B. Ja, mir geht das nicht. Bei mir geht's. Auf B musst du, Digger. Ja, ich hab auf Entfernen. Ah. Ja, ich hab nicht alle bekommen. Ja, bei mir auch und so ein X. Hat nur noch ein von denen bekommen, so auf Zufall. Ich weiß, vorher hatte ich alle. Leber's und Bullshit, Alter. Ich mein... Wie ist das? Meine erste Anmeldung war... 19.06.2016, oha. Vier Jahre, bro. Lady Mod, ne? Oha. Hä? Wo seh' ich das? Wo hast du was gesehen? Ja, halt da, wo es auch Capes einfügen kann und so. Erste Anmeldung, 5.03.2017. Ja. Wieso schon jetzt? Wow, ich wollte ein bisschen Naruto machen, um zu gucken. Das kannst du auch später, Alter. Nein, ich will auch noch Porridge essen. Ah, Digger bist du be... Nee, du bist ein richtiger, ekliger Engländer geworden, Alter. Halt, ciao. Hallo? Ja. Buddy, disconnected from your channel. Ich warte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.